Die schreiben Sunny Diss Mois. Was? Ja. Deswegen wollen die, dass wir das hören. Das ist so Fitna bestimmt. Der Track scheint auf jeden Fall heiß zu sein. Okay. Irgendwie wollte ich ihn hören. Also für das Stück in der Liste. Aber so Fitna-Sachen habe ich eigentlich gar keinen Bock an. Das ist so Fitna-Sachen. Benutzt. Das ich etabliert habe. Ja. Chat, ihr seid aus dem Track doch schon gehört. Also schlafen wir doch. Der Safe ist real. Safe, ich bin real. Stimmung sind klar. Safe, ich bin real. Chat könnt ihr nochmal. Also einige interessante Leute im Video, mit denen ich aufgewachsen bin. Einen Jungs mit mir, mit denen ich in den Hubs gesessen habe. Was soll ich euch sagen, Jungs? Wer mich sucht, wer mir was antun will oder egal was. Egal, ihr seid nicht wegen Sunny oder so. Egal, alle Rapper in Deutschland. Ihr wisst doch, wo ich bin. Falls irgendeiner was auf den Herzen hat. Das Ding ist nur, damit die Leute... Ich kann mich ja jederzeit anrufen. Aber man kann den Leuten schon sagen, dass wir mit Sunny gut sind. Also das ist... Ich hatte mit Sunny nicht Probleme. Also ich meine, wir sind sehr gut mit dem... Ich hatte mit ihm bis jetzt nichts am Laufen. Also nichts Negatives oder was auch immer. Ich versuche mal mein Handy so ein bisschen zu stellen. Ja. Es müssen Telefonate geführt werden. Ich werde auch definitiv jetzt ein paar Telefonate führen müssen. So ist das nun mal im Leben. Und dass es so weit kommt, dass jetzt hier Gedisse ist, ist auch ein bisschen ekelhaft. Was soll ich euch sagen?